Einen wunderschönen guten Tag meine liebe YouTube-Gemeinde, ich bin der Zaukauf und wir brutzeln hier ein Joker weg. Baba. Gut, einen Großteil habe ich jetzt rausschneiden müssen, leider Gottes, weil ich habe vergessen. So hat es sich abgespielt. So ist Batman gestorben. Niemals, ich kann nicht sterben, das ist schon mal fix. Ähm, ich habe einen Großteil jetzt rausschneiden müssen, ich habe vergessen die Musik auszumachen und ich darf das bestimmt nicht auf YouTube hochladen, wenn die Musik rennt. I got you. Von neun Monaten wurde der Joker eingeäschert. Ich habe den Knopf selbst gedrückt und den Mistkerl verbrannt. Und dann warteten wir. Gotham rüstete sich für den unvermeidlichen Machtkampf. Doch er kam nicht. Die Krimi-Anne fielten sogar nach. Aber ich wusste, dass ein Krieg bevorstand. Ich wartete nur darauf, dass jemand den Abzug drückte. So, ich wollte nur mal sagen, ich wollte das Spiel eigentlich gar nicht. Let's playen. Weil ich wollte es auch nicht mal haben, ne? Oh cool, ich bin Bulle. Aber, ich habe jetzt geguckt, beim Badwood paar Videos, beim Surbus, oh, Surbus? Ja, denk schon, so hast du, ne? Und irgendwie finde ich es cool. Ein Kaffee, Schätzchen. Kein Problem. Ja, danke. Oh, danke sehr. Milch und Zucker. Milch und Zucker. Nein, 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 Milch. Kann ich Kaffee trinken? Geht klar, Schätzchen. Gut, die wir Kaffee haben. Kann ich irgendwas machen? Drücken, drücken, irgendwie? Nicht wirklich, ne? Tut mir leid, Sie beim Essen zerstören, Officer. Uns. Aber da drüben in der Ecke sitzt ein Kerl und raucht. Warten Sie hier. Ich kläre das. Oh mein Gott, da drüben sitzt ein Kerl. Das darf er nicht sein. Aber die abgeht. Die muss unbedingt aufs Klo und wartet noch auf die Bestellung. Batman, du hier. Oh mein Gott. Dann gibt es hier Probleme, aber wir sind Sicherheit. Batman sitzt hier. Batman hat eine Klatze. Ja, gut, läuft. So, wo sitzt der Typ? Ach so, der raucht, ne? Rauchen verboten. Ähm, super. Ich bin voll super. I am the best, baby. I am the best. Rauchen verboten, du. Stück du. Verzeihung, Sir. Sie dürfen hier nicht rauchen. Oh. Zack, zack, zack. Ihr werdet jetzt alle sterben. Wie kann man denn ziehen? Zack, zack. Wetten, das sind alles die Zivilisten, die ich da gerade abknall. Oh. Oh, wie viel Schuss habe ich denn noch? Oh. Das war das Ende von Officer Owen. Ich muss doch bei mir ein bisschen leiser machen. Diese Demonstration hat nur 150 Milliliter meines Gifts verbraucht. Morgen wird das wie ein Kinderstreich wirken. Gotham, das ist die einzige Warnung. Das ist die einzige Warnung. Scarecrow´s Plan ging auf. Gestern waren noch 6,3 Millionen Einwohner in Gotham City. Heute nicht so viele. Und noch einer weniger an der Supi. Ah, ich möchte zocken jetzt. In nur 24 Stunden verloren wir die Kontrolle über die Stadt. Heute hofft Gotham auf einen, der uns alle retten soll. Und da ist Batman. Supi. Na gut, dann los. Halten, steuern. Wow. Sexy. Was ist das da hochziehen? Tadaa. Okay Jungs, die Party kann losgehen. Wenn wir erst mal fertig sind, bleibt von Gotham nicht mehr viel übrig. Für Scarecrow´s Angst-Gas. Wie war das nochmal? Ich hab keine Ahnung. Achso, genau. Gut. Ja, das nicht. So war das. Supi. I got you. Und zappa. I'm Batman. Ich bin froh, dass du heil rausgekommen bist. Entschuldige, ich muss los. Sei vorsichtig, Barbara. Barbara. Wie immer ein gelungener Auftritt. Wie läuft die Evakuierung? Der letzte Bus hat die Stadt vor einer Stunde verlassen. Ich bin froh, dass meine Tochter rechtzeitig raus ist. Jetzt fängt die richtige Arbeit an. Irgendwas über Scarecrow? Wir verfolgten ein unbekanntes Militärfahrzeug, das durch Chinatown raste. Das war unsere einzige Spur heute Nacht, ist uns aber entwischt. Wegen der Evakuierung haben wir nicht genug Personal in der Stadt. Wenn ihr es findet, sollten deine Männer nicht näher ran. Ich kümmere mich drum. Glaubst du, dass Scarecrow wirklich so krank ist, eine Chemiewaffe in Gotham zu zünden? Das werde ich nicht zulassen, Jim. Falls du mich erreichen musst, wird eine lange Nacht werden. An alle Einheiten, ein 1033 in Sektor 2, vermisster Streifenwagen, Einheit 247, vermutlich Officer an Boden. Hey, Batman. Jedes verdammte Mal. Oracle, wie ist die Position von Einheit 247? Bin schon dran. Wie geht's meinem Dad? Er hält durch. Irgendwie macht er das immer. Okay, ich schicke dir die Position des Wagens. Sei vorsichtig. Da draußen sieht's nicht gut aus. So, super. Super. Und dann... Ich hab' gesagt mal los, oder? Drei Fragen. Zack. Viel besser am PC. Ich hab' vor kurzem... Ich hab' vor kurzem erst die PC-Version... Ah, nicht von dem Teil jetzt davon. Ah, irgendwas. Den vorherigen Teil. Vor kurzem erst durchgezockt. Am PC und das ist schon jetzt da... Das Herumgleiten in der Stadt ist schon viel angenehmer. Ja. Da unten gibt Stress. Ja, mach' mal mit. Ein bisschen boxen. Hey ho. Wow, verdammte Kacke. Okay, hab' ich noch nichts da drauf, ne. Am PC war das anders alles. Bisschen halt. Ich bin so gut, oder? Viel zu gut. Ich glaub' dann alle kaputt. Hey, 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 hey. Was ist da das? Achso. Woop. Ganz kurz. Zack. Zack. Wer steht noch? Ha! Voll verarscht. Voll verarscht. Tod von oben. Patz. Boom. Genau so muss das funktionieren, ne. Batman. Ist einfach... Ist einfach der King. Batman ist einfach der King. Gibt's nix. So, wo muss ich jetzt aber hin? Jetzt fangen wir da mal an, gell? Ich bin eh so zu spät dran. Das wird eh keiner mehr anklicken wollen. Aber trotzdem... ...will ich's zocken. Bad man. Bad man. I'm bad man. Heute Nacht ist meine Nacht, Baby. Okay, sind ziemlich viele, ne? Ja. Ich komm. I'm coming. Bad power. Boah. So. Zap. Boah. Wichtig. Alle. Alle Snack. Oh mein Gott. Oh. Ha. Du Loser. Zack. Unten bleibst. Du Stück, du. Perfektor. Officer. Sie sind sicher. Danke Batman. Ich dachte sie wird mich umbringen. Was ist denn da jetzt? Jetzt sind sie sicher. Wir haben keine Chance. Bleiben sie hier. Jemand wird sie abholen. Was machst du da? Die Chancen ausgleichen. Das Batmobilion läuft. Miau. Oh. Oracle. Ich muss das Militärfahrzeug verfolgen. Ein Streifenwagen hängt dran. Ich leite die Position weiter. Zuh, 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 zuh. Nice. Sexy, le sexy. Oh. Zack. Ruf deine Männer zurück. Wo verdammt? Oh mein Gott. Die Verfolgung wird abgeblasen. Es ist zu gefährlich. Das ist aber nicht zu wem geht, ja. Kann ich irgendwie schießen? Also das ist Ego Perspektive. Läuft. Diese Schweine. Na warte kurz. Komm schon. Kann ich irgendwie. Oh. Gott. Ja, ich will ja. Ich weiß nicht wie man schießt. Wo steht das? Ah, Greis. Gut. Ich hab da ein bisschen die GTA-Steuerung drin bei mir. Also den Kopf, sag mal so. Und drück immer bremsen. Ja, L2. Das geht nicht, ne? Das ist es definitiv nicht. Ich hab ihn gesnackt. Das Fahrzeug wäre erledigt. Ich muss den Fahrer ausquetschen und rausfinden. Wo ist der Fahrer? Soldatenverhören. Ja, wo ist er denn? Ah, da liegt er. Ein Batman. Wo ist Harvey Dent? Ne, das ist Spaß. Hast du Angst? Ich bin Batman. Wo ist sie? Naja, fast, oder? Wo ist er? Wo ist sie? Und wie? Ganz locker aus dem Handgelenk. Ah, gut. Ich versteh schon. Es leuchtet. Das ist wichtig. Oracle, sieh dir die gerade hochgeladene Analyse an. Klar. Ist es das, wonach es aussieht? Scarecrow's neues Toxin. Eine nicht kontaminierte Probe. Kein Scherz. Ich bereite eine chemische Analyse auf dem BAD-Computer vor. Was wirst du jetzt tun? Scarecrow hat in der Nähe einen Unterschlupf. Ich starte ihm einen Besucher ab. Hoffentlich ist das der Durchbruch, den wir brauchen. Das ist der Ort. Ich sollte oben im Penthouse nachsehen. Im Penthouse. Abgehoben. So, aber ganz kurz. Jetzt habe ich da jetzt ein bisschen blöd drückt. Ich wollte das so spektakulär machen. Ein Batman. Aha. Aha. Gut. Na ja, wir machen das jetzt so super. Super. Gut, das ist Sneaken. Okay, warte. Der hat seine Runde schon gedreht. Gut, dann holen wir sich den hier. Freak namens Killer Croc hat ihm das Gesicht zerfetzt. Wirklich? Verdammt, das war zu laut. Gut. Ja, so, so. Schnack. So. Gut, das waren die von draußen, ne? Von draußen. Das waren die Schweine von draußen. Die haben wir jetzt gesnackt, so. Wer hat da von denen die Waffe? Das ist der. Gut, dann müssen wir den auch Arsch halten. Mein Gott. Mein Gott. Oh, du kannst Batman doch nicht schubsen. Oh, Schwein. Alles cool. Alles cool. Alles cool. Zack. Zack. Easy. Bats. Tschüss. Ende. So, hab ich erledigt. Weil ich bin Batman und du bist nix. Poison Ivy. Oh, du lebst ja noch. Ah, ha. Oh, der ist schon geklaut. Langsam. Wenn du was dummes versuchst, blase dir den Schädel weg. Bezaubernd. Aber nur einer von uns verlässt diese Zelle. Nein! 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 Jetzt würde mich interessieren, was er genau gesehen hat in mir. Nichts über natürliche Immunität. Ah. Übe natürliche Immunität. Ja, die Frau kann's, ne? Naja. Naja, in den Filmen hat jetzt nichts ausgeschaut, ne? Was willst du hier? Das ist eine schere Haut, die nicht kommt. Warum hat Scarecrow dich eingesperrt? Kein Hallo. Sag schon. Und wenn ich keine Lust habe? Dann brennt jede Pflanze in Gotham. Alles begann mit dem Treffen. Welches Treffen? Alle waren da. Pinguin, Two-Face, Riddler. Sogar Harley. Scarecrow hatte angeblich einen Plan. Wir würden dich gemeinsam erledigen. Und Gotham würde dann uns gehören. Nur über meine Leiche. Genau das war wohl der Plan. Ich sagte, seine lächerlichen Spiele interessieren mich nicht. Als ich zu mir kam, war ich plötzlich eingesperrt. Wie schade, dass ein widerliches Toxin bei mir nicht wirkt. Die Natur siegt immer. Wird es je lernen? Überraschung. Du kommst mit mir. Supi. Hättest nur fragen müssen. Was ist los? Los, los, los. Wir haben das, T-Sir. Er ist umzingelt. Keine Bewegung. Bist du sicher, dass er es ist? Bestätigt. Das ist Batman. Und. Der Panzer, den sie haben, ist unbemannt. Gut. Dachte, das würde schwer werden. Eins. Das reichte schon aus. Was ist jetzt da? Halt gedrückt und holen dieses Kack-Vorzug. Vorzug schon. Okay, das ist gut. Was tun wir jetzt? Komm. Oh, wie sexy, oder? Wie sexy. Das ist ein Ding. Ding. Das ist ein Ding. Waaaaaaah. Huh, gut. Jeden Moment sind die da. Na ja, Batman dann steig doch ein, oder nicht? Woh, hoppa, hoppa, hoppa. Wow. Jawahl, ganz kurz. Execute me, execute me. Zack. Depp, 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 depp. Geht's irgendwie Raketenfetzerei? Alles Raketen, gut. Okay, warte, ich muss da erst noch ein bisschen reinkommen in die Steuerung, aber sonst alles easy. No, no, no. So, ziemlich easy. Ja, gesnackt, oder? Wollen wir noch mitspielen? Au, wer hat mich da wischt? Du? Du doch. Ah, du lebst auch noch. Das ist Wahnsinn. So, lebt noch wer? Oder sind alle weg? Alles gut, alles gut. Haben wir gesnackt. Ah, den hab ich noch schnell weggeschubst. Perfekt. So, Püppchen, du kommst in den Kofferraum. Perfekt. Super, super, super. Und zick da nächstes Mal euer Hosen an. Das ist immer sexy. Mehrere Transporthubschrauber bewegen sich ins Stadtinnere. Mehr sind auf dem Weg. Aktiviere die Waffendiagnose des Batmobils. Wir ziehen in den Krieg. Oh yeah, Batman ist der King, oder? Und los. Ah, ich drücke immer. Yes, das ist nah. Ich will immer bremsen, so. So, perfekt. Achso, das ist so ein Tutorial, ne? Unvollständig. Na, dann machen wir das mal. Wir versuchen das kurz mal mit Poison Ivy im Kofferraum outsetzen. Oh, oh, okay. Wer will mich da verraten, oder? Zack. Okay, gut, das ist so. Das zündet nicht, oder? Die schießen ja nicht auf mich, also peifern. Zack. Wow, wow, sexy. Diagnose, Stufe abgeschlossen. Diagnose, Stufe abgeschlossen. Diagnose, Stufe 2. Racketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und vier Ziele gleichzeitig zerstören. Vier Ziele? Okay, ich muss erst aufladen, so ist sie nicht. Gut, ich verstehe das schon. Die tun jetzt eh nichts. Ah, sind die noch Holocaust? Na gut, da ist... Racketensperrfeuer Stufe 2 bereit. Ich muss die Sekundärwaffe vor dem Feuern auf Stufe 2 aufladen. Haben wir ja. Ich muss die Sekundärwaffe vor dem Feuern auf Stufe 2 aufladen. Aha, gut. Diagnose, Stufe abgeschlossen. Stufe 3. Feindliche Treffer erschöpfen Waffenenergie. Raketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und vier aktive Ziele zerstören, um die Diagnose abzuschließen. Okay, lass es knacken. Ah, kommt ja schon. Hopp. So, das war Nummero Uno. Perfekt. So, das ging voll daneben, verdammt. Verdammt. So, gut, 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 gut. Zug, Zug. Boom, 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 boom. Okay. Abgeschlossen, fortfahren. Boah, ich kann nicht fahren mit dem Auto, das ist ja Wahnsinn. Ich bin winket, ja, ist ja Wahnsinn. Drifting. Hat wohl nicht so funktioniert, wie ich wollte. Der Regen ist aber arg, der Regen ist zu arg. Org, arg. Oh mein Gott. Zum Glück ist da draußen jemand, der es ist. Bats. Zack. Tschüss. Allein, dicke, kacke. So, perfekt. Oh, gut, hab ich gesnackt. Super. Supi, kleiner Pupi. Oh no. Tschüss. Oh, 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 oh. Ziemlich viele Gegner hier, ne? Wow. Oh, gut. No, 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 no. Gut. Wow, das ist gut. No, 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 ich steh. Oh mein Gott. What? Hinter mir noch. Du nur. Supi, erledigt. Und wem jetzt? Jetzt hab ich ja niemanden. Jim, sag deinen Männern, dass sie wieder patrouillieren können. Die Panzer sind kein Problem mehr. Gott sei Dank. Hoffentlich waren das die letzten. Glaube ich kaum. Lass die Isolationszelle im GCPD vorbereiten. Ich bringe Ivy. Wohin? 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 Möge er beginnen. Und los. Driftling. Naja, ich hab's versucht. Aber geht nicht. Boah, ich muss sich da. So muss man echt. Man muss sich da echt noch richtig dran gewöhnen. Das ist. Das ist ein Wahnsinn. Das ist echt ein Wahnsinn. Gut, dass du da bist, Batman. Bringen sie nach unten in den Zeltbereich. Ah, kurzen Schluckerl macht. So, Batman ist cool, ne? Man muss langsam. Langsam fahren. Wir haben ja Zeit. Das ist so. Jetzt hab ich unabsichtlich abgedrückt. Wollte ich nicht. Siehwes. Ich wollt schon fragen. Hoffentlich ist sie nichts schlecht geworden oder so. Ha, ha, ha. Skircrow wird dich fertig machen, Batman. Ernsthaft. Warum gibst du dich überhaupt mit diesen Idioten ab? Zivile Ungehorsam? Da draußen tobt ein Krieg und wir haben weder die Männer noch die Ausrüstung. Seht mal, wer da ist. Ivy. Das wäre eine Sorge weniger. Ist die Isolationszelle bereit? Natürlich. Oh toll. Noch eine Zelle. Oh, ich fühl mich jetzt so richtig sexy, dich da hinten zu sehen. Das ist nicht schlecht. Ich lass mich nicht einsperren wie ein Mensch. Diese Mauern halten mich nicht lange fest. Aber wenn es dich glücklich macht, lasse ich dich in dem Glauben. Vorerst. Ja, aber lang genug, oder? Lang genug, so. Ihr habt mein Wort, dass jeder einzelne von euch ehrenvoll erwähnt wird. Ja, das war also mal der Part Nummer Uno, denke ich, ne? Das war schon ziemlich, ziemlich. Also ich finde es schon cool, ne? Es ist schon richtig sexy. Es ist schon richtig cool dabei. Es wird sicher noch besser. Ich sehe ja die Videos. Und deshalb habe ich es mir ja gekauft, ne? Tja, das Leben ist hart, ne? Ist hart. Die Grafik ist auch Bombe, oder? Warum kann ich rückwärts gehen? Wieso ist das? Also warten kann man gut. Kriege ich da irgendwas auch noch, oder so? Ne, denke ich nicht, oder? Denn ich bin Batman. Ah, gut, was ist denn da? Ah, das sind die Schockhandschuhe. Gut, was ist das da? Ah, da müsste ich jetzt lügen. Das weiß ich gar nicht. Ah, ist das nicht der Typ, der der Bombenbart hat, oder so? Irgendwas war doch. Okay. Okay. Bane. Joker. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Crocs. All das sind die sexy Sachen, hey. Das ist meine Ause-Erwarten-Kammer. Das ist eigentlich ein Batman. Müsste ein Batman sein, hey. Also, oh, Black Mask. Tja, sexy. Ja, nein, ich hab... Oh, Gott, ich wollte mich ja schon vorabschieden, gell? So ist es ja nicht. Hey, kriege ich das so? Oder ist es auch nur Tego? Kann ich das auch einschlagen einfach? Zack! Niemand hat was gesehen. Gut, gut, gut. Batman darf das. Nee, gut. Ja, liest, 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 das lassen wir jetzt da kurz. Ich möchte... ...ich zahle sie zurück. Löse meine Rätsel, denn du es kannst. Zack! ... Vielen Dank.